Das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Also, so nochmal. Drei Stück werden doch reichen, oder? Ne. Ne, wird's nicht, aber okay. Oh. So, zack. Und jetzt aber, komm schon, so, ne? Ja. Ich lass es einfach mal so. Ich mein, hier sind wir ja geschützt. Jedenfalls vor Regen. Und die kleine Ecke hier, da kann man sich auch noch unterstellen. Sieht, denke ich, gar nicht so schlecht aus, ne? So. Ich stell mich mal hier rüber. Und. Naja, gut. Sieht schon wirklich sehr komisch aus. Ähm. Wie kann man das sonst noch ändern? Vielleicht. Zack, zack. Und dann. Brauchen wir einen Zaun. Mal wieder. und eigentlich reichen zwei. So. Ach ja. Zack. Und, ähm. Hallo? Äh, nee. So, ne? Ja. Nein. Um eins reicht das nicht. Jetzt setzen wir einfach mal Erde hin. Und zack. Schon reicht das. Ah, das sieht blöd aus. Wenn hier auf einmal so ne Lücke ist. Aber ansonsten. würde das erstmal so gehen oder nicht? Okay. Ist irgendwie immer noch nicht so das wahre, ne? Weil das Muster irgendwie rauskommt. Naja, trotzdem, ich lass erst mal so. Das Einzigste, was ich... Obwohl... Ach komm, ich lass so. Gut, dann... Gehen wir, obwohl... Ne. Ich möcht's mal bei Nacht angucken. So, dann nehmen wir aber jetzt wieder die Fackeln in die Hand. Und bepflanzen können wir wieder etwas. So, bissl hier, bissl da, zack. Ach ja. Schön. So sieht das schon mal gut aus. Ähm. Ich wollt schon sagen, ich hüpfe nur noch und komm nicht weiter, aber... War dann doch nicht so. Oh, Kühe. Hallo. Und nun. So, zack. Und da war noch ein Huhn. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht wieder 10.000 Kilometer zu weit oder so. Ne, noch bin ich auf dem richtigen Weg. So, jetzt gleich links halten und... Ja, perfekt. Na, es dämmert schon. Könnte knapp werden. Oh, oh, oh. Ansonsten guck ich von der Brücke aus. Ja, da sieht man es nicht so richtig. Gut. Obwohl... Von hier oben. Sieht aber schon mal gar nicht so schlecht aus, ne? Also, muss ich so sagen, sieht gar nicht so schlecht aus. Hm. Ja, äh, so. So gefällt's mir schon. So ein kleines Häusl. Von oben sieht's gar nicht so schlecht aus. Ach ja. Gut, dann haben wir wieder was gebaut. Schön. Und hier oben könnte man auch mal was bauen. Und hier oben könnte man auch mal was bauen. Das wäre natürlich auch schön, ne? So ein bisschen zum Ausblick, zum Runtergucken. Hm. Dann muss ich mir noch was überlegen. Haben wir überhaupt genug Glas? Denn das werden wir dazu wahrscheinlich brauchen. Aber gut, ähm, ich ernte hier erstmal ab. Da ist ja wieder gewachsen. Oh, oh. Ähm. Ja. So, sehr, sehr viel. Aber ich bin immer so zu faul, mich um das Feld zu kümmern. Obwohl ich das eigentlich brauche. Denn wenn ich den Monster eingeschaltet habe, dann brauche ich ja auch Essen. Das finde ich immer noch etwas, ähm, bisschen schade. Wenn man keine Monster möchte und dann, ähm, ja, bekommt man eben keinen Hunger mehr. Ich weiß nicht, kann man das irgendwie einstellen? Warte mal. Wo muss man da hin? Ähm. Skin-Anpassung? Nee. Grafikeinstellung, sonst Dickes. Auto speichern, zwei Minuten. Standard zwei Sekunden. Ist nicht empfohlen. Verursacht den berühmten Leck des Todes. Okay. Ja, drei Minuten. Ja, komm. Lass mal so, ähm, dynamische Beleuchtung. Oh. Da haben wir ja noch was. Was ist denn da anders geworden? Möchte ich mal gucken. Ist da was anders? Wie viel FPS habe ich denn jetzt? Oh. Da muss ich aber jetzt mal drauf gucken. Zack, aus. Ne, bringt nicht viel, also drinnen lassen. So weiterspielen. Okay. Ja. Gut, wo war ich denn jetzt nochmal? Ach, das ist wieder... Da lenkt sich ein Ding ab, aber... Gut, bei den Monstern, das kriege ich wahrscheinlich jetzt nicht so hin, aber... Okay, ich kann ja mal nochmal gucken. Ähm, die Erde würde ich gerne drinnen lassen. Das kann weg, das kann weg. Gut. Aber wir können... Stimmt, wie viel Glas? Ein Glas habe ich... Ja, fast ein Stack. Gut, dann tue ich das nur einschmelzen, dann habe ich genau ein Stack. Bräuchte ich aber immer noch etwas Sand. Hm. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich hole mir mal die Lava. Und zwar... Und zwar... Brauche ich davon drei. So. Zack. Und crafte mir schnell einen Eimer. Und ich hole mir jetzt die Lava, die wir sowieso zugebaut haben. Kann ich hier runterspringen? Hui. Oh, perfekt. So. Ach, schön. Gut. Das ist ja nett. Hui, hier ist jetzt Wasser. Okay. Das möchte ich aber jetzt eigentlich auch nicht. Deswegen... Zack. Wow. Alter. Aber jetzt ist ja überall Cobblestone, ne? So. Ich... Ähm. Nein. Ey. Boah. So. Ich versuche, den Cobblestone mal hier zu entfernen. Und dann sieht das auch blöd aus, ne? So ein bisschen. So. Zack, zack. Der Stein, der stört auch. Gut. Nee, hier ist noch. Ach. Dann machen wir den auch weg. So. Zack. Ähm. Dann machen wir den hier hin. Bruder. Bruder. Mach ich den weg? Nee, das wäre zu viel Aufwand. Der geht ja ganz schön weit. Nee, das mach ich nicht. Dann müsste ich ja die ganze Küste hier verändern. Dann. So. Wo war denn die Lava? Ähm. Ach, dort war's, ne? Achtung, Schwein. So. Äh. Nee, da war sie nicht. Hä? Wo ist die Lava? Nee, das kann doch jetzt nicht sein. Die Lava ist weg. Okay. Warum auch immer die weg ist. Aber gut. Ja, die Hütte, die geht schon. Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann geht die schon. So. Zack. Und. Ah, jetzt komm ich dort nicht rein, ne? Okay. Ich müsste mir auch mal einen Aufzug oder so hier bauen, wo es schneller, höher geht. Oder hoch geht. Aber. Das ist immer etwas schwer. Stimmt, mit dem Loren-System könnte man es auch lösen. Oh, vielleicht. Oh, Kühe. Hallo. Na gut. Na gut.